Ah, nichts! So, da habe ich jetzt die Mitverdacht, wenn ich hier ändern konnte, wegen Käppichboden, da habe ich auch gesagt, Sie können ja keinen Käppichboden reinnehmen, das ist ja wohl die größte Verarschung überhaupt. Aber das finde ich ja auch. Erst mühlt sie hier um, da passt das nicht, da passt das nicht, da passt das nicht. Alles, 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 alles. Alles, alles, alles.